Prinz Harry machte in seinen Memoaren, Spare, eine Reihe bombastischer Behauptungen, in denen seine Beziehung zur königlichen Familie den Tiefpunkt erreichte. Prinz Harry wurde als »unreif« gebranntmarkt, nachdem ein Experte der königlichen Familie ihn kritisiert hatte, weil er »uns glauben machen wollte«, dass Prinz William schrecklich eifersüchtig auf ihn herumsitzt. Der Herzog und die Herzogin von Sussex heirateten Meghan Markle im Mai 2018 in einer glanzvollen Zeremonie auf Schloss Windsor. Doch Harrys einst enge Bindung zu seinem älteren Bruder liegt nun in Trümmern, nachdem er in seinen aufschlussreichen Memoaren eine Reihe von Vorwürfen gegen die Royals erhoben hat, Ersatzteil. In dem Buch erklärte Harry, wie er sich getrieben fühlte, seine Großmutter, Königin Elisabeth II. persönlich um Erlaubnis zu bitten, seinen Bart für seine Hochzeit mit Meghan zu behalten, angeblich weil er sich dadurch ruhiger fühlte. Der verstorbene Monarch erteilte diese Erlaubnis, doch dann schrieb Harry in Spare. Aber dann habe ich es meinem Bruder erklärt und er sträubte sich. Das ist nicht das Richtige, sagte er. Militärische Regeln und so weiter. Aber Harry wurde wegen dieser Behauptungen heftig von der Kommentatorin der königlichen Familie, Kinsey Schofield, angegriffen, die behauptete, dies sei, nur ein weiteres Beispiel dafür, wie unreif und berechtigt dieser junge Mann ist. Sie sagte gegenüber Sky News Australia, es ist erstaunlich, wie er sich Wort für Wort an die Auseinandersetzungen zwischen ihm und dem Prinzen von Wales erinnern kann. Es ist interessant, wenn er auswählt, wann diese Erinnerung einsetzt. Das ist nur ein weiteres Beispiel dafür, wie unreif und anspruchsvoll dieser junge Mann ist. Er möchte, dass wir glauben, dass Prinz William herumsitzt und zutiefst eifersüchtig auf ihn ist, obwohl William in Wirklichkeit ein Rockstar ist.